Hi, ich melde mich direkt nach meinen Kursen bei euch. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, steht der Event Monat September vor der Tür und zwar unter dem Motto Dance Festival. Das heißt, es wird in allen Vizzenmaier Studios einen Dance Day geben und ich bin natürlich auch ein Teil davon. Ihr findet mich am 10.9. in der Ostheim, am 11.9. in Neustadt und am 25.9. in Benzheim. Wenn ihr genaue Zeitpläne haben möchtet, dann geht einfach in euer Studio und schaut dort nach, dort liegen die Pläne aus. Schaut in der App oder auf der Webseite. Ich freue mich wahnsinnig auf drei verrückte und ausgelassene Specials mit euch. Wir sehen uns in den Kursräumen.